Hallo. Hallo. Wie geht's? Es geht mir gut. Okay. Wie heißt du? Ich heiße Stefan. Und wie alt bist du Stefan? Ich bin sechs Jahre alt. Wo wohnst du? Ich wohne in Pitesch. Und hast du Geschwister? Ja, ich habe einen Bruder. Wie heißt dein Bruder? Mein Bruder ist André. Okay. Was isst du gern? Ich heiße gern Peter. Welche ist deine Lieblingsfarbe? Mein Lieblingsfarbe ist blau. Okay. Sehr gut. Sag mir bitte. Was ist heute? Heute? Heute ist Freitag. Und wie ist das Wetter? Das Wetter ist kalt. Ist kalt? Okay. Lies bitte schön die Geschichte. Das Geschäft von Mox. Mox ist ein Hux. Ja. Ja. Mox hat ein Geschäft. Ja. Bob ist ein Schwein. Sehr gut. Bob hilft Mox. Ja. Sie mischen Eier an eine Topf. Ja. Ja. Bob entkommt den Eier. Was? Was für ein Chaos. Ja. Sehr gut. Bob fischt und fischt aus. Gut. Gut gemacht, sagt Mox. Sehr gut. Stefan, sag mir bitte. Wer ist Mox? Mox ist ein Fuchs. Okay. Was hat Mox? Mox hat ein Geschicht. Okay. Wer ist Bob? Bob ist ein Schwein. Und was macht Bob? Bob tritt Mox. Okay. Das ist alles. Tschüss. Tschüss.